Finale Oh, der Clown Ja wir nehmen den Cyclone Wir nehmen den Cyclone Weil das komische 0-0 Das sagt mir schon wieder Es ist eine Map von Bolt Ich weiß es nicht Ich hab den Namen nicht gelesen Ja, Bolt Stone Island Hupste einmal, hupste zweimal Oh ja toll, wenn ich gerade ausfahre Dann fahre ich runter oder was? Weg Weg Ich auch Ey, ihr seid doch Super Ey, ihr seid doch so Nix da Hier Nur ich Ich habe Platz gemacht Boah, das wird das nächste Mal richtig Wird das nächste Mal bunt? Wird das nächste Mal bunt? Das nächste Mal wird richtig weggebummst Gebummst? Mhm Oh, guck mal hier kommst du von mir Oh, was soll? Wie nix? Oh, ein Checky Auto Oh, ein Checky Auto Ich fahr in dir Ich mag dich Ich mag dich Du magst mich Oh, was? Nixiß Oh Oh Jens Ach jens Ach ... was it's rainbow time da kommst du doch völlig aus dem konzept hier hui einfach mal abheben ich schreibe ab das ist voll anstrengend mit den tausendmalen das ist nicht anstrengend das ist zum kurzen jo bene und donner einfach durch die gegend läuft bei dir na freilich aber komm es ist ein bisschen anders als die anderen das macht schon spaß das ist ne menge abwechslung ne in dem sinne ne 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 alter ja kitty time oh wie krieg ich den scheiß boost bei dem äh beim controller ist es den stick rein drücken linken der die 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 Alter, wie lange hält der Boost an? Ist voll heftig bei dir. Mein Controller vibriert. Aber vor allem in der Sonne. Jawoll, hier dickes Flugzeug. Warum bin ich jetzt Zweiter? Weil du mich überholt hattest. Und wie? Zu Fuß sind es hier. Habe ich danach noch ein bisschen Platz oder muss ich bremsen? Einfach schon mal bremsen. Ein Stückchen musst du rennen auf jeden Fall. Kleines Stückchen musst du rennen. Oh! Tefri schaut zu. Kirito schaut zu. Ich habe schon einen Fehler gemacht. Schafft Jens das noch? Ne. Ne. Doch, dürfte er es schaffen. Ne, das Ding ist zu langsam. Ne. Wenn er jetzt Gas gibt, wenn er die Booster nimmt. Ne. Sorry Jens. Ganz knapp. Ganz knapp. Sorry. Ich sehe bloß eine Wolke. Ja man, er ist verpufft. Ja man, er ist verpufft. Verpufft. Ne, also die war nicht, also war zwar lustig, aber war nicht gut. Das war zu viel des Guten. Ja. Eindeutig. Das ist ja, ja. Das war zu viel Wechsel hin, zu viel Wechsel-Ära. So. Ich würde sagen nein. Ja. Oh komm. Relicars only. Gib Kontakt. Weil wir hier letzte Map haben. Omnis. Omnis. Oder Raptor. Nein. Omnis. Nur der Omnis ist das wahre Auto. Ne. Doch. Nein. Frachenbärscht. Oh, ich starte in der Luft. Was ist denn das für eine Verarsch? Ich starte in der Luft. Wo bist du? Oben. Erstmal runter dodgen. Wo bist du? Oben. Erstmal runter dodgen. Wallride fahren hier. Wallride. Ach Jens. Komm. Stellen Sie sich. Oh, sorry. Komm. Danke, Herr P-Freak. Danke. Schade. Schade am Werk bringt den Schott nicht ganz so viel. Doch jetzt. Danke. Mich hast du gerettet oder hast dich selbst weggeschossen? Du bist ein Ehrenmann mein Gott. Ja ich bin ein Ehrenmann deswegen mein erster Platz. Wasser respawnen. Ach das ist doch auch schon wieder Rotze hier. Mhm. Wenn du ins Wasser fährst musst du respawnen. Ja schön aber. Kann man da nicht so einen Porter benutzen? Es gibt doch jetzt diese Portale. Uh. Ja. Ich mach's dir nach Jens. Mhm. War schön wie du das gemacht hast. Ich dachte mir. Schön. Schöner Abgang ne. Ja. Ich dachte mir für die Fans. Für die Fans. Ja heute das erste Mal für die Fans. Also ich hab ja ne Kommentar gekriegt. Man kann uns super zuschauen. Das macht super Spaß. Aber. Ja ich glaub dem Typen nicht. Ich glaub doch Christophorn. Und äh wir haben Mapvorschläge bekommen. Von einem äh quasi alten Bekannten. Oh. Äh und zwar War Machine. War Machine. War Machine hat seine Wallride Moops. Äh. Mal. Gedroppt. Und äh ja. Muss ich ja sagen. Ist für uns in der Gruppe. Ein bisschen zu hart. Also so 36% Wallride. Und er schreibt. Ah easy. Naja. Naja. Aber irgendwann. Naja. Irgendwann werde ich mir nochmal. So ein. So ein. So ein. So ein Hardcore Tag gönnen. Oder werden nur die. Die ganzen harten Maps gespielt. Ich hab da so ein paar. In der. In der Pipeline noch. In der Liste. Da steht überall Hardcore dran. Oder Asian oder so. Einen Tag werde ich mir nochmal so eine Spieleliste gönnen. Ja. Also ich finde schlecht. So ein. So ein. Die Strecke ist ja ganz schön. Aber jedes Mal dieses ins Wasser droppen und so. Das ist echt schlecht. Noch dazu zwei Runden. Ja. Ja. Sorry. So will der mich verarschen. Vierter Respawn. Also was. Was jetzt. Geil wäre. Wenn er dann noch. In die Beschreibung. Geschrieben hätte. No Respawn Challenge. Yo. Dann hätte ich ja gelacht. Super. Ich wollte gerade sagen. Ich kriege den Punkt nicht. Weil der da oben hängt. Aber es geht. Mal den anderen Weg fahren. Bam. Oh ja. Mal den anderen Weg fahren. Hast du recht. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich bin auch nur vorbeigeht. Ist mir beim vorbeifahren aufgefallen. Als ich den Checkpoint hier oben gesehen habe. Ich bin auch nicht die Schmerze ertragen. Boah. Hier sind deswegen zwei Runden. Man muss ja auch mal beide Wege sehen. Aber man muss dem Zuschauer auch mal zeigen was die Map so drauf hat. Gelegentlich. Es wird so sehr langweilig, weil sie uns jetzt noch mal einen Weg gesehen haben. Ja. Ja, aber weißt du, was noch langweiliger ist? So eine Merksegflasche, die verspricht mehr als der Held. Hahaha. Hahaha. Dö-dö-dö-dö-dö. Ich sehe den Kiii-kiri-do. Weißt du, was du machst? Bäms. Hast du den Punkt noch gekriegt? Nö. Gut, ich schon. Ja, sicher hab ich den gekriegt, ey. Glaubst du denn? Weißt du, was ich mit dir mache? Bäms. Ja. Zu doof, dass er Bäms nicht gebracht hat. Komm, hier. Ich krieg dich. Ich kann die Gierde weghauen. Der will schon mal keinen Scheiß. Hier, Glückwunsch fahren. Klack. Hier. Ah, nein. Dein, dein Weg. So sieht's aus. Nee, nee, nee. Hier, erstmal zurückfahren, Kollege. Okay, ja. Komm, gib Stoff. Nee, nur Gas. Ja, das haben wir nicht. Na. Fuck. Also den Obst-Tender wird ich jetzt nicht überfallen, ne? Ich möchte gerne ein Kilo Obst, ne? Du hast fünf Kilo Bananen. Wir hatten aber nur drei Kilo Mandarinen. Das ist auch okay. Ja, hier ist auch viel zu wieso. Zei, auch immer. Geh weg mit dem Zeug. Das ist giftig. Oh, was? Habe ich 24 Sekunden zu dir Vorsprung oder was? Ja, sie haben uns ja auch gerade ein bisschen gemobbt. Alter. Nur gerade? Jo, ein bisschen. Mhm. Ach, diese Wassersprünge, ey. Geil, ne? Ui! Katapultiert. Erstmal in die Pamm. Und? Und? Ja, easy. Yeah. Alternativer Weg. Wirklich? Nein. Wirklich. Und? Wirklich. Okay. Philipp. Wirklich. Wirklich? Und ich? Wirklich. Die폰. der bremst aber auch nicht der bremst aber auch nicht nein, ist ein Audi ah So, wo kommt denn der Jens? Dort, nach hinten. Hoi. Hoi. Ich hoffe, nächste Woche gibt es mehr Sichten. Stimmt. Ja, Madame kriegt ja hier einen Popo nicht vom Sofa. Von der Couch. Sofa. Sofa, Couch ist das gleiche. Von der Couch. Sofa. Couch. Sofa. Willst du mich aggressiv machen? Dann hast du es jetzt geschafft. Kollege, pass mal auf, du. Oh, 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 oh. Ja, in diesem Sinne. Heute rennen, lässt ein Däumchen da nach oben. Nicht so wie wir nach unten. Für diese nicht klasse Map. Ach, Chris. 300, noch was. Und, äh, ja. Wir haben, äh, Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch schaltet morgen einen Montag neue Folgen. Hoffentlich andere Runde, größere Runde. Und, äh, bis dahin. 44. Nochmal bis dahin, äh, ne? Bis dahin und bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschö. Tschau, tschau. Tschö.